Ja, jetzt muss man Null sein und schnell sein, sonst hat man keine Chance hier das Sprung zu gewinnen. Und es ist ja ein Traditionsspringen und von daher glaube ich schon, dass die meisten es versuchen werden. Er hat uns das gestern schon gezeigt, denn er hat gestern schon eine Prüfung gewonnen. Und das war schon ein klasse Sport, den er gezeigt hat. Also mal schauen, was er uns jetzt gleich hier vorführt mit seinem 9-Jährigen. Das ist mal ein Bestfall, also Konkurrenz aus dem Nachbarland. Ja, richtig. Ich habe auch mal meine besten Erfolge mit einem Westfall, der hat mit Hilfe. Es ist sicherlich so auch, dass heute viele Zuchtpferdige gefeuzt werden, was auch immer sehr erfolgreich war. Und nun schauen wir mal. Es fängt wieder bei 1 an. Und jetzt lässt er auch schon mal gleich ein bisschen mehr galoppieren. Ich glaube, man sieht schon ganz deutlich den Unterschied, wie zum Umlauf. Es wird einfach mehr attackiert. Ja, lange Linie von 1 auf 2, dann kurz rum in die zweifache Kombination, vorher war es noch eine dreifache. Hier aber ganz, ganz kurz rum. Ja, das war jetzt verdammt schnell, Martin, auch sagen. Also bis jetzt ist er sehr typisch unterwegs. Es ist schon mal eine richtige Wartung für die, die da gleich hinterher kommen. Das war das, was wir vorhin angesprochen haben. Der Vorteil für die, die nachher kommen, die können natürlich einmal sich genauer anschauen. Und wo geht es noch, wo kann man noch eh verkürzen, wo kann man Zeit sparen. Oder wir können auch gleich riskieren, weil dies war schon sehr, sehr... Wow! Tolle Runde wieder von Ihnen, 39,78 in der Zeit. Aber Björn, ganz ehrlich, letztes Runde war das nicht. Ja, aber es ist schon sehr, sehr viel gelungen. Also ich sehe ihn auf jeden Fall an den ersten drei mit der Runde. Er hat sehr viel Rhythmus drin behalten. Und es ist ihm doch sehr, sehr viel gelungen. Viel Glück. Die anderen Reiter, die jetzt kommen, haben das natürlich gesehen und wissen, sie müssen von vornherein sehr viel Risiko gehen. Und einige übertreiben vielleicht dann auch. Und von daher war das schon eine Top-Runde, die vorgelegt wurde.